mein kraft noch drei autos motorräder ist dabei ist der wurscht ich kann doch ohne motorrad fahren wir haben alle dieselben kocher ausgewählt die alle die bar die 801 sind also frei da hat mich schon genau vor dem spruch habe ich immer drunter geschehen da angeschoben ja du kommst gar nicht hoch der auf hat wieder geschafft das ist mir schon markus ich bin direkt hier bei dir auch mal jetzt habe ich es geschafft wieso bin ich erster ich weiß was falsch mache keine ahnung was soll ich bin bei dir in der nähe ich komme nicht drauf wo alter er das ist aber fies jetzt habe ich es geschafft beim sven führt man rennen hallo sehe ich hallo ich bin erster ich habe ja ich glaube dass er so mega weit weg war ich heute das ist ach ja ach ja herr hey wir sind ja durchgekommen und sind es nicht ähm hä alter schwede ja nein mann die idee war die richtiger zu spätig speed die runden wie die dinge eingestellt drei weil ich dachte dass wir ein normales denn das wird sich doch kommen wir den beiden drüber ich gehe jetzt mal dieses plattform vorbei das ist scheiße morgen so genausten respekt mehr worte verkalkte das ballons ding ich habe das mal und dann vorbei alter wie soll man denn das schaffen warum auch immer du dich jetzt komplett aber noch mal umdreht lieber charakter auch eine interessante strecke keine frage ja aber müll ja die ist echt müll du bist wenn du da nicht über die looping nicht rauskommst du in der endlos schleife fest ich komme nicht weiter weil ich jedes mal drüber weggefeuert werde und damit bin ich in der endlos schleife frag mich nicht wie aber ich habe die du ging es geschafft ich ich krieg dir nicht hin gesagt ich werde darüber weggefeuert wenn ich das gas weg die befall ich runter du musst mit rechts und links lenken spielen weil na habe ich doch schon verstanden aber ich sage sie so schnell kommt trotzdem nicht durch nein also morgen ist der letzte rotz drei runden was wird nicht dass wir die schaffen ich fahre über wasser das kann doch nicht sein dass sie dann trotzdem in den weg fliegt kommt sich die lupi durch ja die ich bin hinter dir ich schenke wie gesagt dieser scheiße lustläufer fest du kommst da nicht durch die ist genau so frustriert wahrscheinlich oder führt das rennen an das kann ja sein das rennen schon durch nein ich war durch den looping durch und dann fällt er vom motorrad ich komme ich komme zwar den looping vorbei ich habe diese strecken dazwischen ok ich sehe ihr habt alle geschafft bitte was wo ich auch nicht scheiße das motorrad hat ohne die kraft dafür wo bin ich jetzt gerade die schuldigung nein das muss ich jetzt hier müssen der punkt weil das der abstand auch hier der ist doch so ewig weit weg ich kann sagen die jeweils rüber du musst den ganzen schwung ha 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 ja ha der führt wahrscheinlich am ende der ersten runde oder so naja hier bin ich brauche ich komme mit riko ich gebe gleich weg what the fuck ja kann man das rennen beenden das hat keinen sinn drei runden schaffen wir nie alter psycho ich habe gerade wir müssen auch die röhre vom anfang wie immer kleiner wurde ja also ich bin die gerade musste gerade so eine aber andersrum fordert das ist psychisch und wenn du da rein kraft alles ist zu engel die lichter alter du hast probleme du fährst nicht andersrum und wir sind immer noch im scheiß looping weißt du bist vom motorrad gefallen da wir rechnen dann gleich ab ich will nur wenigstens mal eine runde schlafen ja ich hab dich jetzt so viel geschafft aber danach nicht ich hab das bei nur bin ich schon zähl mal raus das kein problem ich habe eine runde geschafft du kannst auch diese scheiß wir wissen dann okay willst du darüber dass ihr fängt das funk und nein auch den schick bei nur wenigstens an sich einfach also ja 520 mit 500 millionen mal von der probiert nee du musst den looping nie machen du musst oder nehmen springen bevor der looping beginnt sobald bei hier 50 grad bist musst du raus da kommst du genau auf der anderen seite raus ach man die hat er jetzt mit diesem checkpoint akzeptiert das habe ich jetzt gerade nicht verstanden auch jedes mal kommt es auf der scheiß kante auf dass du nicht schattest eben gut ja mann jetzt habe ich ein bisschen beijustieren will muss ja mehr runter von dem ding auch du bist in der zweiten runde morgens ja dann hat sich geglaubt jetzt weiß ich was du meinst mit dem ich war auf wasser hat ich habe im kanal auf wasser ja dauer nein ach man wieder mal ein vernünftiges stück strecke jetzt habe ich ein looping aber doch das check war doch gekriegt ich dachte ich habe den hübingen geschafft und ich bin runtergefallen ich bin zu kurz gesprungen aber diese scheiß hat den scheiß fallen da kommst du dich ich bin zufrieden also ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden das schild hier immer der raschilden da so mit seinem warum auch immer der komplett nach außen weg drüftet dann so du bin geschafft weil das jetzt ich wollte über 100 auch im riko hat das voll den verkehr reingekommen warum redet ich ein riko spiel nicht mit uns man ja wahrscheinlich genau so abgefuckt ist die kraft oder das problem mit dem hätte das kann auch sein dass wir gerade ein bisschen probleme damit nein ich hätte nicht kämpfen ich habe kein problem mit moment selbst ich weiß ja genau an der rechte das bleibt r schlecht geht ja noch nicht spielen wenn ich denn so muss das sagen das ist mir unter so wieder dreiviertel stunde drinnen alter obwohl das ein bisschen lustiger war was wir da gemacht haben ja ja auch halt dort gekommen sind das war ja auch mehr wirklich mit dem was das spiel herr gibt und nicht irgendwas zusammengewirbelt ist jetzt wieder hier augenkrebs augenkrebs so ab jetzt auch da gibt es eine ganz ganz enge stelle für mich sind auch aus wie sagt alles wenn du diese bis heute diese leuchtung stelle die ich meinte erkenne was die nahe sagt ich ja weiß wenn ja nicht wirklich man mag es kaum glauben aber kämpft eine runde geschaffen also breche ich jetzt ab ja ja dann gehe ich jetzt hier raus jetzt bin ich über die rappe weg und fliegt dann hinter den ich bin erster das machen wir trotzdem das wird sonst man hört übrigens die musik das ist ja bis jetzt immer die neue playlist starten oder die playlist starten durch mal mal mein wir werden mal dann mal Vielen Dank.